Niemand gibt seinen Platz ab. Die anderen haben bestimmt mehr Lust als ich, musst du es sagen. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Du hast Lust. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wenn du meinst, musst du es so sagen. 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 Ich bin nicht ganz, ich bin nicht so sagen. Ich bin nicht so sagen. Ich bin nicht so sagen. Pfff. aufgaben durch gibt es jemanden der selber machen möchte der lord henry macht wer will noch selber machen also wenn jemand anderes macht dann mache ich alles klar wo die macht das heißt lord henry und wo die wo die machen separat das ist ihr eben durch dann mal also ist ja dann jeweils ein verschiedenes team und machen wir das mit der teamzuweisung einfach egal oder ich geh zu freddy also ein offizier drüben das bin ich und der andere offizier nächstrang höchse ist der gandalf der macht die ist andere geschütze dann gehe ich zu fiosen moment wir haben wir haben hier in der theorie keine ränge doch haben wir nein lanus dann läuft macht seine geschütze ich mache das andere was klasse können wir jetzt die teams aufgaben dann gehe ich in skandalf ins team wenn ich alle der mich mag nur weil user gesagt hat absolut richtig also was gesagt hat aber natürlich haben wir deswegen muss ich jetzt auch wie als ich noch nie gemacht muss jetzt auf ihn nehmen und was muss ich machen nein aber kann auch nie wir haben das letztes mal so gemacht dass einfach jeder der kanonier war einmal geschossen hat quasi in der runde einfach mal durchgewechselt also das eine hat mal einfach nur nachgeladen der andere hat er kann besser machen aber trotzdem befähle gandalf das eine geschütze nicht das andere ja das heißt ja nicht dass wir schießen du kannst ja trotzdem schießen trotzdem bin ich nicht in deinem team drin jetzt hört auch aus den laden das so anzubetteln wenn er in deinem team kommt ja es ist in deinem team welcher server ist im team oh das ist in deinem team drin oh und das passwort steht im channel Vitor bestimmt nein nein gerade xo hey wake up XO die floh jetzt sind wir jetzt ich glaube 8 oder sogar das passwort ist falsch das passwort ist doch green oder nicht nein eine sexo ja sag ich doch so halte ich bin auf den falschen server und welche funktion habe ich auch nicht auf welcher server ist es dann doch im chat ich kann kein zapper wählen so einfach nach drei punkten ach der wasser und in welchem chat ist wer das zu finden bitte im e-21-chat auf steam trägs auch noch schöne musik ist nicht von mir okay bei dir war gerade das ding geleuchtet also sind franz user left your channel so so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. I should have done. Oh nice. So, habe ich jetzt Kanonierer oder was? Ja. Wenn? Ich meine, wir dürfen die Kanone erst bei Live bewegen. Ja. 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 Erst bei Live. Ja. Live nimmst du Offizier oder Kanonierer? Okay, wir haben sich insid umgebracht. Ich habe erstmal Kanonier. Achso, nee. Okay. Das ist der Edmund, oder? Kanonierer. Ich habe hier eine Muskete und einen Fernblass. Ja gut, dann brauchen wir Kanonierer. Können wir auflaufen. Wer nimmt denn welche Kanone hier? Ja gut. Ich habe jetzt die Rechte beschlagnet. Ähm. Wir brauchen. Ja gut. Ich habe jetzt die Rechte beschlägt. Ich habe jetzt die Rechte beschlägt. Ja gut. Ich habe jetzt die Rechte beschlägt. Ich habe jetzt nicht acht. Dann komme ich jetzt noch. Ja nicht acht seit würde ich kommen. So klein man stark. Also ich bin da. Wir brauchen. Wir bräuchten noch mehr Garde auf jeden Fall. Wir sind wieder in acht. Äh. Henrik, geh mal bitte an die Kanonierer. Also mit mir sind wir acht. Ja. Dann komme ich auch dazu. Hier wer läuft da gar gar nicht? Ist es mal hier? Meine Kanone? Ja ja. Du gehst ja gleich mit dran. Ne? Wir brauchen die. Warte. Ja. Ja. Die könnte ich auch bauen. So. Wir stellen uns hier nochmal so. Nee. Kommt zuvor. Da vorne. Da vorne. Da vorne. Ich habe eine Muni Box noch wollen. Oder nicht? Aber hier ist schon eine Muni Box. Ich hätte gar nicht gebraucht. Du sollst keine holen. Ich war schon. Hier vorne bei den Sandbacks waren schon einer. Bei mir. Ihr braucht aber. Ihr braucht. Dann stellen wir die Kanone hin. Nein. Hier vorne oder nicht. Sonst. Ich würde erstmal so vorne auf die Anhöhe. So dass man das ganze. Oder hier. Da können wir auf die Arti schießen. Ich glaube hier ist gut. Wo macht ihr die hin? Das sind Deckung von den Steinen her. Okay. Das ist auf die Arti. Schießt bald auf uns. Wenn wir da zu lange brauchen. Ja ich glaube. Was anderes sieht man noch nicht. Oder? Ja. Ich glaube. Was anderes sieht man noch nicht oder? Ich sehe momentan nur die Kanonen. Doch eine Linie im. Bei zwei Linien im Nordosten. Nord Nordosten. So ein Stück. Aber da ist der Baum. Davor. Kaff. Kaff aus Nord. Nee siehst du gar nicht. Kavallerie. Kavallerie kommt. Oh. Dann schaut aus. Die Chargen uns. Weiß. Zählen. Jawoll. Eine Station. Ich hatte eine Schock. Komponiert zu uns. Komm mal nicht weg. Wir will die. Aber ich bin tot. Da habe ich keine Zeit mehr. Um den Kiff zu bauen. Mach erlaufen. Kavatrad hat hat. Kavat hat hat. Also wir dürfen es gar nicht. Wir müssen natürlich nicht außerlinisch. Da hätte ich jetzt. Schießen dürfen beim Kavalierangriff. Nur wenn die Kanone benutzt wird. Ja. Was nur mit der Kanone schießen. ja wenn keine benutzung ist nur dann darfst du okay ich habe eingetötet er war eine schöne runde dass ich einfach alle verpissen und die art alleine lassen ja das auch also freddy und fiosa haben überlebt oder nur freddy du musst den fight gewinnen ja doch der kanone schießen wir können skirmischen wenn die art in benutzung ist ja gut feiern scheint nicht ja klar haben wir das gemacht weiß ich nicht habe es nicht gesehen also leute auf die regeln achten wenn ihr im chart seit nicht schießen ich habe geschossen wurde ich kann nur noch nachgeladen worden ist deswegen dachte ich es ist falsch hinter mir ich habe nichts aber freddy sei keine pussy und kämpf freddy hat ihn weggeleckt die 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 darf doch eigentlich ja steht aktiv Active cannon means cannon which is being used, loading it, aiming with it, shooting it. Wer ist das? Das sind die dritten. Eigentlich kannst du sie benutzen, spricht nichts dagegen. Ja, eigentlich schon. Oh man, der Kampftyp ist noch da. Mach den platt, zeig mal was du kannst, ey. Mach den platt, du hast doch ein Nachkampftraining gemacht, jetzt los! Pumps ihn! Ja, das ist aber Rainbow, wenn ich jetzt... Nein, pumps ihn! Ja, mach ihn jetzt auf. Die sollen dann einfach über den Haufen schießen. Hä? Er rennt weg von dir, Freddy! Ja, aber der macht jetzt. Was ist das? Du, ich Arsch! Ramboing und so. Das war Rambo, Alter. Diese Polacken, guck mal, wie sie da stehen. Ich hab' keine Linie mehr. Ich hab' keine Linie mehr. Ey, scheinbar echt, ey. Also, dafür gehst du meine Kanone zurück, ne? Eigentlich ja schon, du bist ja Kanoneer, ne? Ach, du Scheiße. Aber da geb' ich ein bisschen die Schuld, weil du da ganz weg gelaufen bist. Könnte der das locker machen. Ja, und der andere passt sich auf. Was kann ich denn dafür? Ja, und der hätte das noch was sagen können, Freddy. Ich hätte so ne Linie immer aufgetast. Oh, Mann. Wenn man Freddy im Team hat, braucht man keine Feinde mehr. Oh, Mann, ey. Alter, wenn man Freddy im Team hat, muss man immer lachen, Junge. Ja, er muss immer lachen. Ja, er auch. Wer hat in den Twitch-Chat geschrieben, ich liebe Fiusa und wird ein Kind von ihm. Ja, genau. Das stimmt. Ja, ist gar nicht okay. Nein, das ist bestimmt Lappen. Ey, ich bin gar nicht in Twitch da und dann ist Wotlapato. Geht auch gar nicht nach Läumann irgendwie. Ja, mein Account heißt 21 Läumann. Ja, aber der hier heißt E-Warned Kills. Also meiner heißt für User. Ja, das ist Lahn aus. E-Warned Kills. Ne, nicht E-Warned, sondern E-Warned oder E-Warned. Im Switch-Set. Ich bin Lahn aus dem Twitch-Set. Pogos. Ist das auf jeden Fall Lahn? Nein. Doch. Kann sich ja unser Fan mal zu erkennen geben. Oder wie ist das Fan? Das ist Lappen. Das ist Lappen. Komm, wir müssen das nochmal... Ich hab drei Linksfotokals. Ja, aber du, dafür hast du sechs Leute getötet. Das ist doch nicht meine Schuld. Joah. 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 Was, dass ich jeden Tag mit der den, dir den? Ja, danke. Also was ich eigentlich schreiben würde, dass ich jeden Tag mit dir den Vorgang wiederholen will, um Kinder zu bekommen. Ja doch. Ja. Ja, aber mit dir, nicht mit dir. Mit der den. Oh ja, darf ich ja schweben. Dir der. Diese schwer. Ja, ich hab keine Ziele mehr, alter. Ja. Ja. Ja, das ist ein Schwunden. Da schießt einfach so, vielleicht kriegst du ja deine eigene Mates, wer weiß. Da krieg ich ja ein Aja. Nein, mach nicht hin. Wer, wer, wer ist denn das hier? Aha. Ist vielleicht deine Schwester. Guckt ihr, ist regelmäßig von uns. Ich mein, dieser Iverns Kills. Oder wie er immer heißen sagt. Ja, das ist deine Schwester. Hey, yo. Sein Vater oder so. Einer aus seiner Familie auf jeden Fall. Das werde ich nicht mehr schießen. So, also nächste Runde. Keine Ahnung, entweder eine Linie bleibt da ein Schützer und so eine... Bau uns einfach besser mit dieser Cavalry-Verteidigung ein. Ja, Phalanx halt bauen, aber ob das nicht mehr geht. Naja, aber wir konnten die gar nicht bauen. Ja eben, genau. Die kamen so schnell. That's the issue. Wir sind instant in uns reingerannt. Ich, yo. Wir sind instant in uns reingerannt. Ups, jetzt habe ich einen. Teddy, los. Mach noch einen Kill. Was sind die überhaupt? Ach, da ganz hinten. Ja, Junge. Da ist körperlich. Was denn noch? Renn schneller. Das ist so geil. Ja, renn schneller. Ganz genau. Ja, die kommen zu mir. Alter, ich sag dir. Irgendwann macht Fanny durch diese Legs irgendwie so drei Kill auf einmal. So, du und noch einer leben. Jetzt bist du der Letzte. Jetzt zeig, was du kannst. Alle töten. Hä? Ich habe das einfach so wechselt. Ja. Ach, okay. Ja, ich habe die Teams gehört. Ja, ich habe die Teams gehört. Ja, ich komme dran. Ich bin 7 und 5. Egal, mach noch zwei Kill. Komm, zeig, was du kannst. Nein, lass das. Nein, lass das. Er macht's, er macht's. Nein. Gott, zahzer. Jörg, jörg, jörg. Jetzt wird's echt durch da einmal. Lappen. Mach jetzt eine Kanone? Freddy ist schuld jetzt so das Wochenende. Einfach langweilig. Ach so. Gut. Was? Ja, gut. Kann ich mit meinem Bruder dich Freddy besuchen gehen? Ja. Ja, wieso? Vater sagt, maximal einer darf kommen wegen Corona. Aber alleine, einer von uns alleine ist ihm nicht gut genug. Was hat das Freddy gesagt? Das hat er gesagt. Das hab ich nicht gesagt. Der will uns Sven als Dreier. Was? Aber gut. Hey! Ich nehm... Ich nehm... Hä? Ich bin doch hier. Ich nehm die Munitionskiste dann ganz schön. Kannst du direkt vorrennen und bauen. Ich will... Wo? Wo? Wir stellen hin? Ich will hier die Kanone haben. Links hier auf die Anhöhe. West. Nordwest. Ja. Weil dann schon bewegen die, ne? die해. Die Lass mich bei die Kanone schieben. Is ass. Ne, 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 nicht hier rauslaufen. Nicht rauslaufen. Nicht. Wir dürfen nicht... Wir dürfen... Nein, erstmal live zurück zurück. warum ist der leumann jetzt hier und der lampen hier bei mir und stein kann nur ich weiß nicht mal man ja du kannst mich steuern wir sind es cooler wir müssen coolere themen ist los nein aber hier ist freddy das ist scheiße das team 15 geht es aber jetzt live ich kann nicht steuern west nordwest hier ist vorhin oder er genau da warte kein motor die doch die anhöhe ich habe mir so ich dann die regler aber so ganz leise schon mal etwas gegen kopf ist gut ist gut ja halt man halt dann da vorne weil die kanone gleich noch hinten ich mache den ersten schuss das gleiche mit der lana ist das für mich nachladen und unsere leiter auf das loch du darfst du hast erst diesen land muss ich dass wir gleich wieder gecharged werden also unsere kaffee ist rechts die kommen jetzt aus die kommen aus noch was hat sich mal gesagt dass du nach stopp die politik voll drüber und was ich war gucken bitte wenn ich dann sehe ich das besser also erzielen richtung nord sagt man hat sogar 350 grad also kurz die dürften da gleich raus kommen das ist nicht weiter nach links wir sind wir wechseln ab nein nach runde jetzt kommen sie hoch da ist aber schwierig da steht halt direkt unsere eigene dämpfe den baum nicht nicht feuer nicht feuer ist das so ok ist das hier drauf ja ich weiß ich komme daran da die die nordosten noch viel näher schießt auf die auf die linie da kommt kommt eine linie nord-nord-ost genau zwischendrin nord-nord-ost gleich zu niedrig viel zu niedrig habe ich eigentlich hier auf den turm schießen das nach karten ist unsere kaffee soll ich so soll ich einen erdweg von der kanone bauen die roten ja jetzt weil die sind jetzt weiter im nord aus ist lanus zack zack schießen lappen du hast die kaffee ziemlich weit aber denkt ja es ist hinterm hügel vorher war sie noch sichtbar die kommt wahrscheinlich gleich ja die sind am hügel schade oder kommt die gegnerische kaffee schießen auf die vielleicht einmal aber nicht schon wieder die kaffee aber unsere kaffee ist auch da jäger 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 im nordosten ich glaube wir sterben gleich kommt die infanterie ja die haben verloren hinten aber auch unsere linie kommt entgegen ach gut okay oder kommt feind nach netters kein feind aber doch das ist ja aber wie viele bündnis haben wir denn na das kam gut oder weiß ich nicht ja wir feiern jetzt auf die feiern auf die feindliche art die trifft mich nicht ja wo ist die nord nord ost also sagen wir mal so 10 grad zurück im tal ja schießt auf die art siehst du die nicht dann entfeuer ich laden ja ist geladen ich habe nur kannst du schießt auch auf uns gleich ich schießt auf die art am besten der schuss kam gut aber weiter nach rechts ob was auf hatte kommt auf uns ja der schuss war eigentlich perfekt aber der war noch zu weit links deswegen so weiter nach rechts schießen wir beibehalten direkt bevor das bekämpft ja also ich habe ich habe das wert gerettet wo ist jetzt hingeschossen bei dir hat noch gar nicht gefeuert hätte ich voll links daneben viel zu niedrig ihr müsst laden direkt einer muss laden kann ohne verzieht extrem von der höhe war das aber bisher muss quasi jedes mal neu ziehen okay die infanterie von den ort ab da schieß ich gleich mal drauf dort außen da am stein horny jail horny jail dort ost läuft lauf leute weg aber wir feuer noch einmal auf oh der ist drüber geflogen oder näher ja egal auch die kanone weggelegt viel zu niedrig viel zu niedrig du hast noch niedriger geschossen als vorhin die art von denen an denen ist nicht umsetzen die ist besetzt ja ich hab da kein ich sehe da halt keinen von denen ja die sind versteckt hinterm hügel aber die schießen ja die laufen zur art von denen geladen und sonst mal gegen die infanterie schießen ja warte warte nord-nordwest sind infanterie hinterm hügel aber aber da steht halt auch eigene hinter also genau im norden steht nochmal ein geschütz und dann ja ich hab euch hat was die infanterie treffen oh nicht aber ich weiß dass ich gezählt habe nicht einfach feuern das steht nämlich auch eigene muss ich aufpassen ja hab ich auch noch gas ich glaub die runde gewinnen wir die sorde ja 39 zu 9 äh 38 zu 9 soll doch ein erdwerk bauen oder ja aber nicht vor ist geschütz ja ich wollte die linie dahinter freddie nicht feuern es kam kein befehl ja freddie nicht einfach feuern wenn kein befehl kommt vom offizier meine fresse ja ihr könnt freddie ruhig noch mehr anschreien ja jetzt komm ich habe ich nichts gegen weiß ich lieb schon auf dem boden du rammst noch ein messer hinterher nein rammt seinen dick rein wo bin was hat auch nicht rein nee erstes messer dann steh ich mit meinem dick jetzt aber jetzt aber komm probiere nicht voll direkt vor der ach schade direkt vor der art hier ist eine linie noch gewesen hallo könnte ich mal nicht boh 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 ich hatte ich hin hoher nicht tröten soll das ich hab mir cool aus gibt es da genug gründung fertig zu machen aber kommen da nicht raus mit anderen möglichkeiten hihihi 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 ja wir als waren die normalen über 33 33 glaube ich das ist mit 2 13 und 35 oh das ist gut da können wir mal verkoppeln er hat doch schon eine freundin ja eben doppelte zwei geht auch nein ich finde 2 nein 2 sollte man nicht machen fikt nicht mal eine hihihi 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 ja wir waren mal wieder eine effektive art ich hab minus 10 hihihi hihihi okay jetzt da Flappen schießen hat keiner geschossen ja in der ersten runde einmal einmal ich hätte merke jetzt als du und lanos hihihi 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 achso der meinte hat es gehört oder was oh das ist diese blöde karte oh gott ja wir müssen hier aufpassen weil die artikern uns hier leicht treffen och ne nicht diese scheiße hier ähm wir müssen uns glaube ich hier rechts auf den hügel hoch ja was wollen wir links auf den hügel hoch ja ne 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 ja wir stellen uns hier links auf ja die haben uns hier ne wir stellen welche kanone jetzt wo ich raff es nicht wir müssen uns wir müssen uns ein hügel weiter vorstellen da vorne wo die steine sind genau ja sonst haben wir die arschkarte ja es gäbe hinter die laterne laut henry ich mach schon keine sorge du entscheidest wo du hin willst ne ja ich geh schon nach oben auf den berg letztens ich hatte genau die gleiche wenn ich nach oben nach vorne gegangen war eine gute position und waren zu schnell tot wegen würde ich mal den berg dahinter versuchen äh dort haben wir die du lustern vor und baust das sofort der hügel im westen oder ja in den norden wo die steine sind in den norden nee bei uns oder nicht gleich rechts achso genau go 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 ah wir müssen uns jetzt bei allen aber wo ist unsere schutz bitte wo bist du ich bin jetzt bei dem südwürste okay gut glaubst du es zu weit oder hier ist das oder woanders ja ja genau da du musst da hinfahren wo die sandzeige sind da fahren eine größere kurve du kannst das nicht so schön drehen sonst ja es ist gut es ist gut vielleicht schon jetzt ja du gestorben ja drehen 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 nein zurück was ist das ne wir haben doch alle rat ey was ist das für eine kaff rechts das ist nicht unsere kaff rückzug 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 weiter 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 wir sind sehr aggressiv die welche Richtung nach rechts jetzt so eintreten ja also wir schauen Richtung Südwest also so der ja genau ja genau oder was ist am besten auf die art von dem stück vor ich sehe dann die linie ich versuche mal die linie da zu treffen gut laden ok im westen sind welche und jäger ja also wir haben auch direkt auf dem vektor die feindliche art und wir haben das eingeschützt da kommt noch einer kommt noch eine linie ja 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 ich weiß nicht ob du das ja schieß einfach mal wir haben hinter uns an die kaffner richtung west ja ja die links von uns habe ich ja nicht gefahrt wow die killen ihn auf gerade ne das sind eigene das sind eigene nein die bei uns am spawnen sind Gegner oh ich rede doch nicht mit ihr achso was weiter nach rechts wo 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 danke seite ich mit aufpassen der scheiß graben war schon wieder zu nah ja bisschen zurück mit der kanone kannst du ein bisschen zurückholen freddie laden da knall den ab und ab und ab ja ja boah ich hab ne fett getroffen kannst du bitte nachladen oder kanone immer schieben weil dann kann ich entweder kanone schieben oder nachladen aufgabenteilung und so wir haben hier ne scheiß position muss ich sagen ich bin arti 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 da ist doch meine kanone oh hier find 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 im äh west südwest west guck einmal durchs fanglas und siehst du die die bewegen sich da durchs fanglas gucken ja ok siehst du die leichte er ist keine leichte über die daneben da ist der rauch ja ähnlich wie heute die daneben da kannst du zurückschieben gandorf also kannst du arti kommt vorsicht weg davon kann auch nur ist gut wir sind zu hoch ich hab nur den rauch gesehen ja kraft kommt wieder da kommt eine große linie unten übers fluss das ja dann auf die kavallerie ne sie laufen weg sie laufen weg aber ein schöner bound boah sehr gut interessant die arti von denen ja ja fuck ich hab dir gerade single shot gesehen wer ist ich kann noch nie übrig bei führer team ja wir sind ja nur noch mit nur noch gandorf im west ja genau große linie soll ich da schießen ja genau einfach draufhallen jetzt kann ich es nicht schieben ne 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 die stehen da noch links vom baum links vom baum ok und das ist noch die arti von denen da muss jetzt was gehen parti schießt direkt auf uns ich glaube ich ziehe jetzt richtig was mit den ah fuck mir die mal zu hoch ich hab gar nichts gesehen das war zu hoch Mist gehen sie wieder ja die die stehen da immer noch da stehen auch zwei linie die eine ziehen jetzt weg links vom baum stehen immer noch ja eigentlich ein perfektes ziel geht viel zu weit rechts und viel zu hoch weißt ach so ja ok ich kann das noch nicht einschätzen wenn jemand mit dem hoch schießt jemand rechte kanone ist leer kann nicht mehr benutzt werden die stellen sie jetzt grad hin und baum auf die andere kanone tepper kann ich doch reparieren oder nicht nein alle schützen sind tot das meine ich nicht oder soll ich rüber gehen ja dann geh rüber geh rüber ja ähm oh das ist halt echt schwierig hier echt also der fein kommt über rechts ja ich weiß wollen wir versuchen aber es ist halt übel riskant wenn du sicher bist dass du über die drüber kommst über die eigenen dann ja die wenn du die mein die linie die sich jetzt weg bewegt ja ja wo ist denn die andere kanone steht ja die kamera die steht alleine die steht gesondert ja die schieße ich weg ja gut zielen aha ja sehr geil sehr sehr gut ich lade ich lade wie viel waren das 5 oder so ja ja noch 5 und gaul hast du glaube auch noch erwischt haben wir noch den raketen ding da mit dem raketenwerfer und schieße ich jetzt da und da steht einer warte hast du die da 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 kommt für uns ich sehe sie gar nicht ein dass du siehst dann jawoll sehr gut das war doch kein f das war doch kein f dann war das kannst du nicht oder ach doch ach so ich muss laden oh da kommt noch eine linie alter ja ja du musst aufpassen die highlanders ich glaube die mach ich platt fertig ja schade du musst ganz rechts auf uns aufpassen oh ja ganz rechts ganz rechts wir machen highlander eine selbe kann man noch rausgeben oh lass dir Zeit zum zählen ich lass dich hinterm Baum ja so jetzt yes sehr geil ich hab einen Hit komm schon komm schon ja 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 alter aber war echt gut ja warum die machen wir uns platzen da müsste wir könnten in mein käfig reingehen meiner ist verbuggt alter ja ja geil ich ja du musst ja zwar schnittschule laufen du musst ja mal schnittschule laufen so so dick was gerade okay jetzt mach mal Freddy ich bäte mich doch nicht mal hier 3 Leute noch, 2 Leute noch, 1 Person noch, nein das sind doch mehr, ah ne dahinter auch noch welche, wuh, aber wir helfen denen da, komm, da warte auf Fiosa erstmal, nein nein geh rein wenn du dran bist, mich brauchst nicht warten, da kommen noch leichte, Achtung rechts, ja jetzt steh ich den so von hinten ab, steh ich den von hinten ab Freddy, I believe in you nein, 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 oh komm alter, stop die range, nein, ey, was soll das aus, und die man sticht mich auf, ähm, Treppier, ich bin Gott weg, das war noch ein schönes runter, das ärgert mich, das, bei Sekunden, weißt du, hätte ich nochmal, die, 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 sind recht, immer, in der Linie auf uns zugelaufen, rechte Kanone, da war leider Old Charge, warum kennen die sich gegenseitig, kurz weg, weil die nicht so diszipliniert sind wie wir, so jetzt bei der nächsten runde ist wieder der Gandalf da, ne, ah ja, warum darf ich muss ich doch Zepper schießen? Zepper ist der Zepper Das ist ein Spaß so hier können wir direkt nach vorne hin oder wir müssen nicht groß raus ja genau wir nutzen direkt einfach die stellung hier du kannst du kannst du kannst du kannst ja schon die verlangs bauen eigentlich auch so bauen wir direkt da vorne oder ja hier direkt ach so das heißt ich muss das passant säcke oder so ich glaube ich würde ja direkt nach dürfen die doch schon da vorne besiegen oder nicht nein nein wir sind live wegen nicht aber du kannst am anfang bauen oder oder die genautik ist immerhin ich würde gerne ein zwei schüsse machen wenn es okay ist vor dir ja kannst du machen warum fragst du mich nicht ob ich das auch okay finde ich bin oh sorry ist das für sie auch okay herr oberst ja lieber du okay auf der weg einfach nur nach vorne oder was ja genau ich bin da das ding auf anschlag kann man laden sehen wir das das ist unser ausguck das ist die feindliche linie eine kommt nach vorne rechts ist sauviel ne ja ich sehe es halt einfach gar nicht und Mitte kommt eine linie und Highlander kommt ganz links ist deutlich zu kurz ja der rendert es halt nicht ich sehe gar nichts ja schiebst du nicht doch noch ja und rechts kommt auch eine kreuzmann ja dann schießt warum sehe ich die da nicht kurz grafik anstellung nordosten kommt weint check kopf bewegt sich über osten ah Mist die sind zur seite gegangen die schuss kam richtig gut nordosten hinterm baum hinter dem großen baum wie gerade vielleicht einfach durch den baum durchschießen ja aber das sind jetzt unsere auch ich weiß nicht da sind sie nicht seit dem stein da kannst du jetzt drauf schießen jetzt und schießt auf nordosten ja jetzt ist hinterm berg keine ahnung wir können uns auf alle schießen oder du schießt da sind doch welche auch da im Norden da wo es raucht oder ja da drauf da schaffst du bisschen höher nein das sind 2 Minuten achso lol ne die waren nachher noch im hügel da stehen sie doch fast doch du hast fast verbunden getroffen die haben sich sogar umgedreht geguckt 2-3 leute guckte sich so um jetzt schieß ich auf die kraft glaube ich du konntest auch da mal da rechts da kommt glaubst du jetzt weg kann da noch laden freimann ich kann es ist zu nah oh man ne da ist so eine riesenleine oder ist da im Norden hinter so steilen sind die wo ist bereit da kannst du entschießen wo und viel zu weit nach links habt ihr geschossen eben da drüben ist er fein da sieht man die flagge auch da kommt die kraft wenn du ganz leicht den steigen äh äh das war halt oh neiiin das schlimm boah das war knapp oder das war knapp das können wir auch wieder abbauen ne das können wir auch wieder abbauen ne das können wir auch wieder abbauen ne ja ja passt schon oh Junge kannst du nur noch aufbauen alles gut aber nett für deine Hilfe draufkomme und die eine Linie ist ein bisschen mehr davor geräumt wo ist weit da kannst du jetzt richtig gerne reinschießen siehst du die bei den steinen nein dann lass mich schießen oh oh wo es gibt jetzt ein F für die Gegner bei das Teamkillskript so du meinst jeden im Hügel ja gut die haben schon gesehen aber warum muss Kanone bewegen und nachladen auf der gleichen Taste sein ich verstehe es nicht ja das ist so doof alles auf F so damit du F drücken kannst kann man das sich umstellen kann auch nicht ich glaube das ist alles benutzen das ist halt die Funktionstaste das ach so Aua da schiegt es einfach mal rein zur Seite Himmelsrichtung aber der kommt gut ähm warte die die da über den Hügel kommen ja alle laufen aber wieder weg ne die Jäger sind schon ganz nah ganz nah da heißt da ist es warte ich jetzt was bereit da kommt da kommt die Linie rechts so die Jäger und die Jäger fuck die stehen auf dem Stein ja die kommen jetzt raus also ich bin gleich tot die Jäger rechts rechts linie rechts vorsicht ist geladen ist geladen feuer 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 ja ja warte ich versuch mal die Jäger ich versuch sie kurz abzubauen Jäger da sind sie Achtung ich feuer das muss ein Kanonier sein Aua das war zu hoch oder scheiß das war zu hoch ja bei mir war die Höhe ok oder laden 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 Kanone laden äh kann ich auch mitladen mach 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 halt bricht ab und läuft dann weiter Arsch wow nein nachladen sollen die Jäger sind so eklig ne das ist unglaublich bloßbreit Arzt kann ich Linie sehen das kann doch vor der Kanone noch ein Sandberg bauen das gibt's doch nicht man nicht zu hoch wie knapp war das denn ach man schau mal nen Sandsack vorne auf oder stört es dann bisschen niedriger soll ich mal versuchen ja ich bin gleich tot ich will jetzt nen Treffer sehen klar chef weiß die Jäger die krieg ich doch noch wohl schnell schnell die Jäger kommen wieder drüber mach Kartisch doch rein mach Kartisch doch rein ist drüber ja ja mach Kartisch doch ich hab den Stein abgeprallt ist so und Hendry muss aus dem Weg gehen ich baller da gleich durch ich aber jetzt gehen wir eh drauf glaube ich oh ja geil so ein Schuss krieg ich noch ein oh man das ist getroffen hab ich baller sie weg schnell schnell ja aber warte bis sie sich aufgestellt haben das sind Jäger die werden sich nicht aufstellen ja ja jetzt auf okay ich hab ich glaub wir können nicht durchschießen oh ja ich sehs gerade scheiße ah nein sind wir hier safe wo die also ich glaub man kann nicht durchschießen also ich glaube man kann nicht durchschießen also ich glaube man kann nicht durchschießen Wann ist Allshot ja ich schießen was Auseinander ja ok hab ihn aber gerettet Wollschweif komm schon ja wohl ich bin safe alles klar habs links also wenn du jetzt wenn du jetzt mal nach rechts dann kommen Freunde ach die sind alle bei der Arty glaube ich ne halt alter lauf ich komm mit Finnsotten in der Richtung muss ich laufen in Norden in Norden in Norden ok ja direkt alle das war ein anderes Lied machen das ganze Preußens Chloria jetzt hinterm Bomb verstecken und dann angreifen ja gleich vor euch sind sie ja gleich vor euch sind sie ich komme nicht raus oh ich komme nicht raus oh ich bin gehindert oh nein fucking hell war ich noch ein Teamkill naja ich bin doch nicht aufgeschrieben doch Teamkills werden aufgeschrieben nur Teamkills werden aufgeschrieben doch 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 das war unfair nein nur Teamkills jawohl zumindest haben wir gewonnen ich muss das kleingedruckte lesen das steht in der allgemeinen Geschäftsbedingungen von mir nur 20 das bin ich so lange weggelaufen nur um ein Kill unter Teamkills 0 Kills quasi oder 2 Kills wenn man zählen möchte das waren Verräter den ich da erwischt habe ja ne das war ein feindliches ja die war schon tot weißt du runter oder danke der Typ hatte Corona ich habe dadurch das Leben von 100 Leuten gerettet naja also machen wir das gleiche wie vorher ne hallo jetzt auf der Seite das war nicht wirklich mein Schild oooh so jetzt bin ich ja mit Schießen dran hat er gerade der Arte geschossen? ja ich habe den Merzah geschossen ja ich habe den Merzah geschossen ja er weißt du ich bin schon für ein Arzt ein Arzt mit irgendeinem Orangischen Wappen ja ja weißt du ich bin schon für ein Arzt sagt mal wie der heiß der weiß kann man hinterher das weiß ich nicht hat der arty hat der typ glaube ich gesehen oder fällt arzt mit dieser linie da die grad voran rennt heiter von österreich sein so ein würde das wappen so weit wir beschuldigt werden hier die da das qr r glaube ich war das dann das passt und über links kommt eine brücke schiebst du lappen und ich nach vorne ist auch gerne sachen in andere sachen rein nein das hat nein alles ja aber ich habe keine gelegenheit ich krieg es irgendwie nicht rein da muss ein bisschen zurück vorne ja da zu weit vorne tut mir leid amateur macht man arti schuss kill sucker das hat jetzt richtig oder lass mich mal kurz ich kenne die art von dem mit dem schuss hat er schön dann gut da war der bomb wird nicht sehen weil ich kein schock damit zu verteidigen du hast ja zwei runden geschossen die kugel ist genau vor den aufgeteilt ja aber die art von den schießen die kam richtig gut das problem ist da der baum ist bei mir grün und wenn ich dran suchen ist sehr orange und so viel verbündete aber du kannst auf die feind feind arti zählen knapp schade nur geschossen linie über rechts nachladen los schneller schneller komm raus am mitte sind welche ist das für eine schöne linie wo ja da halten wir waren bis nach hat die arti 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 ist in der freunde reparieren bitte und zweit geht schneller ne das problem ist der mc jetzt auf uns eingeschossen wahrscheinlich ja trotzdem ist das schwierig nochmal neue immer gleich zu schießen warte kurz bevor du feierst also links kommt der innen voraus oben an dem an dem an dem bau stehen welche könnte ich hier eine mauer weiteren kanonier bei uns bekommen bitte nordost schnell in der linie ich feuer dann ich feuer da ja ja Herr Neumann kannst du rüber gehen wir brauchen noch einen kanonier ja die sind jetzt in deckung links kommt eine linie ne links ja sag immer richtung an ja ja norden ich habe genau fast getroffen warte warte nicht schießen ich schieße ja du kannst auch nach nordwest an dem hügel du kannst nicht ok genau in die richtung da kommt dann im fernklass warte Henry weg 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 lautarni weg der ist nicht ja warte die sind ganz hinter dem hügel aber als der rauch ist das ist die feinde ja laden gibt's doch nicht ich treffe dir ich treffe dir von denen nicht war nicht wieder wenn der kugel kommt hat die schießt hat die schießt weg 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 ja dann schießt du frete ich sag dir wenn die hochkommen ihr müsst weg von der kanone weil die explodiert wenn der kugel drin ist ah deswegen sind die beiden da gerade rausgekommen lanos 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 hier direkt jetzt äh halt freddy nord-nordwest siehst du die die wir gerade feuern nord-nordwest ja ja das war nix du musst auch zielen schießen wir direkt ach da neben den bäumen ich dachte du meinst die hier vorne direkt schießt ich schießt jetzt rein jo oh die stehen halt perfekt ne ooooh super close der ist drübergetitscht oder mhm ja ah die jungen haben die dusel ey das war irgendwie knapp die kam arti hitt das leck mich im arsch ah die hauen ab ok die gehen jetzt über links die umgehen uns ja warte bevor du feuern ja hat sie getroffen zeige oh fuck ja die werden von der linie von uns ja die tors hat die arti wieder auf ja ja die sucht jetzt noch mal zu treffen aber ich krieg's halt wieder hin weiß nicht vielleicht kriegen wir es ja hin ganz leicht über die hübe zu zielen ah schwierig ne es wird nix und schießt lieber auf die feindliche art hier da kommt dann jetzt auch eine linie raus ja jawoll komm sie haben sie gerade aufgebot die kanone haha sie bauen sie sie bauen gerade wieder wie zielst du ungefähr komplett das gefühl also ich hab da nen baum vor mir und den hab ich als referenz genommen lol wo hast du hingeschossen musst dir halt immer referenzen nehmen wo ich hingeschossen habe ja ich dachte du stehst auf die feindliche art hier aber egal die hat uns nicht geschossen was gefehlt meine einzigen referenzen sind meine variante ja wieder getroffen jo 3 von 3 dann zieh mal jetzt die boni ganz viel auf die feindliche art da hat sich ja mit so eine linie formiert auch gleich rechts davon an den phalanx ja war letzter schuss ne ja schreie deutlich zu niedrig ja wohl schlafen wir noch einen jawoll wieder kanonenswır Pueser 4 und 4 okay jetzt ist Eule-Touch hhhhhhhhhhhhhhhhhhhha Das ist aber auch mein Rekord, 4 von 4 mal die Artie getroffen. Wenn ihr in den Nachkampfmodus geht, dann seid ihr nicht mehr im Moonball. Ja, ich weiss. Achtung, keine Teamgills. Das gibt's nicht. Ich hab dann wieder einen Teamkill gemacht. Und auch noch mich, du. Freddy, wir machen das. Mann, lass mich den doch 1 gegen 1'en. Was, wo die rein da? Wer will, ey, da. Auf jetzt. Der ist ja anders auf, Bayer. Dreh auf einmal, ist unfair. Ach, scheiße. Haben das alle? Ja. Boah. Der Refuser. Ja. Ja, wieder minus 10 Punkte. Juhu. Ja, aber hast du nur minus Punkte. Weil Lord Henry seine Falle zu gebaut hat, dass ich mich da verletzt habe. Sehr schön. Die Runden waren dabei. Wie. Ja, das ist wirklich so, wenn man sich hier auch mal eingeschossen hat, und es war halt so. Ja, das ist wirklich genau. Das ist wirklich so, wenn man sich hier auch mal eingeschossen hat.